Was könnte man aus dem, was Putin jetzt in Moskau gesagt hat, darüber lernen, was er mit diesem Krieg vorhat, das frage ich jetzt einen Mann, der bei dieser Militärparade in Moskau oft schon dabei war, weil er ehemals der deutsche Botschafter in Moskau war. Herzlich willkommen, Rüdiger von Fritsch. Hallo. Schön, dass Sie da sind. Sie waren ja oft an dieser Militärparade. Es wirkt so eindrucksvoll. Ist es genauso eindrucksvoll, wenn man da sitzt? Diese vielen Waffen, die Soldaten? Wenn man als deutscher Botschafter da sitzt, hat es noch etwas Besonderes, weil es ein zweifaches Gefühl ist, das einen in einem solchen Moment bewegt. Es ist natürlich die Erinnerung daran, dass so unendlich viele Menschen der Sowjetunion, vor allem Soldaten der Roten Armee, Opfer gebracht haben, ihr Leben gelassen haben dafür, dass der furchtbare Zweite Weltkrieg, den in Deutschland angezettelt hatte, zu Ende ging und zumindest ein Teil Deutschlands frei werden konnte. Und zum anderen war es für mich immer ein starkes Gefühl der Irritation darüber, wie sehr Wladimir Putin diesen Tag instrumentalisierte. Weil er hat das ja sozusagen wieder zum Leben geweckt in dieser Form, wenn ich das richtig verstanden habe. Genau so ist es. Stalin selber hat den Feiertag nach zwei Jahren abgeschafft. 1947 wieder, erst 1965 wird daran angeknüpft. Und in dieser Größe, mit dieser großen Waffenschau auch vor allem, geschieht das erst seit einigen Jahren wieder. Und dann muss man fragen, warum macht Wladimir Putin das? Er instrumentalisiert diesen Tag. Ein russischer Schriftler, Michael Schischkin, hat mal gesagt, er hat uns den Tag des Sieges gestohlen. Warum? Weil er daraus etwas anderes macht. Er macht eine Erzählung zur Legitimation seiner Macht. Und das zeigt uns, dass dieses Regime keine attraktive Gegenwart anzubieten hat. Keine Zukunftsperspektive. Und deswegen zurückgreift auf etwas, was die Menschen in der Vergangenheit zusammengeführt hat. Und war das an diesem Montag gelungen, Ihrer Meinung nach? Mein Eindruck war auch ganz eindeutig, dass es eine Rede der Ratlosigkeit war. Eine Rede der Ratlosigkeit, der hat zweifellos vorgehabt, zumindest einen Teilerfolg in diesem Krieg erzielen zu können. Auch das ist ihm nicht gelungen. Die Befreiung, in Anführungszeichen, des Donbass und ein Vorbeizug erkennbarer Formationen, die daran mitgewirkt haben, die waren irgendwo da versteckt. Und er hat nur zwei Botschaften ausgesandt eigentlich im Kern. Er hat gesagt, weiter so. Und zweitens, weil unsere Geschichte so gewesen ist, müssen wir das tun. Er verpflichtet das Volk auf die Geschichte. Er sendet ihm keine neuen zusätzlichen Botschaften. Vor allem keine, die das Volk irritieren könnte. Und er hat etwas Interessantes gesagt, was ungewöhnlich ist. Er hat immer wieder angeknüpft an die vielen Völkerschaften, die dort kämpfen. Weil er damit rechnen muss, dass in einzelnen Regionen dieser Krieg auch unpopulär ist. Die höchsten Verluste sind in den Teilrepubliken Dagestan im Kaukasus und in Buryatien im Fernen Osten an jungen Soldaten, die gefallen sind. Und man merkt, wie er auch Scheu hat vor einer möglichen Reaktion im Land auf diesen Krieg. Dieser Krieg, haben wir denn erfahren, wohin er ihn bringen will? Sie haben ja in einem Buch, das gerade erschienen ist, gesagt, am 9. Mai muss Putin seinem Volk einen Sieg verkünden. Dieser Sieg ist nicht da. Aber er hat jetzt auch nicht sehr direkt, jedenfalls so, dass wir es hätten verstehen können, gesagt, was er damit will. Wissen Sie, was das Kriegsziel ist und wie dieser Krieg sich bewegen wird? Aus seiner Sicht hat er zwei Kriegsziele. Und ein drittes ist für ihn persönlich hinzugekommen. Das erste Kriegsziel ist, dass er nicht zulassen kann, dass ein Teil der Identität Russlands, dieses Kernland der alten Rus, zu dem der Osten der Ukraine gehört, nach Westen abschwört. Er will die Ukraine unterjochen. Er will bestimmen, wohin die Ukraine geht. Das will er immer noch. Das will er unverändert. Das zweite Ziel ist, das hat er im Dezember vergangenen Jahres formuliert, indem er uns quasi ultimativ Forderungen auf den Tisch geknallt hat. Er will Europa schwächen. Er will die Friedensordnung Europas ändern. Und seine ursprüngliche Hoffnung ist es gewesen, mit einem schnellen, in Anführungszeichen sauberen Krieg, Kiew-Aroban, die Faschisten wegräumen, uns weiter unter Druck zu setzen, diese Forderung zu erfüllen. Darin wird er festhalten wollen, so wenig wahrscheinlich das geworden ist. Und das dritte Ziel, was angesichts der Tatsache, dass dieser Krieg so lamentabel für ihn verläuft, hinzugekommen ist, Wladimir Putin kämpft in der Ukraine um seine eigene Macht inzwischen. Und deswegen muss er diesen Krieg fortführen. Das heißt, er wird ihn fortführen. Und die Frage ist, mit welchen Mitteln. Die Atomwaffen haben wir gesehen auf dem Roten Platz. Wir haben gesehen, dass letzte Woche eine atomträgerfähige Rakete, ich bin keine Militärexpertin, getestet wurde. Und was man sehen kann, wenn man das russische Fernsehen beobachtet, und ein Kollege aus Großbritannien macht das sehr genau, sind solche Beiträge wie den, den ich Ihnen zeigen möchte. Der ist vom 1. Mai. Das ist nicht irgendwer, sondern der Star-Moderator des russischen Fernsehens, der darüber spekuliert, was eine Atomrakete, in diesem Fall eine Unterwasserdrohne, anrichten könnte mit den britischen Inseln. Es ist unmöglich, die Unterwasserdrohne zu stoppen. Sie hat einen Sprengkopf mit einer Kapazität von bis zu 100 Megatonnen. Die Explosion dieses thermonuklearen Torpedos vor der Küste Großbritanniens sorgt für eine 500 Meter hohe Tsunamiwelle. Diese Gezeitenwelle enthält eine extrem hohe radioaktive Strahlung. Wenn sie über Großbritannien strömt, wird sie das, was übrig bleibt, in eine radioaktive Wüste verwandeln. Können Sie mal das für uns einordnen? Ist das irgendein kleiner Sender, irgendein, weiß ich nicht, sehen das viele Menschen? Erstens sehen in Russland unverändert sehr viel mehr Menschen Fernsehen als bei uns. Fernsehen ist deswegen ein wichtiges Mittel der staatlichen Propaganda. Mitry Kiselyov ist der vielleicht schlimmste Hetzer der russischen Propaganda im Fernsehen seit Jahren schon. Und was er hier tut, ist zweierlei. Zum einen die Botschaft, in einer offensichtlich schwierigen Situation in das Land zu senden. Wir sind unendlich stark, wenn wir wollen. Zweitens bei uns eine Atmosphäre der Angst zu erzeugen. Aber was hat dann Wladimir Putin gestern in dieser Rede gesagt, worüber hat er nicht gesprochen? Er hat ja nicht über Nuklearwaffen gesprochen. Und er hat doch darüber gesprochen. Er sagt, ganz interessant in einer Passage, wir haben präventiv handeln müssen. Und Russland folgt einer anderen Logik als wir. Wladimir Putin ist nicht irrational, er folgt nur einer anderen Rationalität. Und was heißt das? Russland darf nach seiner eigenen Gesetzgebung Atomwaffen nur einsetzen, wenn es atomer angegriffen worden ist. Wenn es atomer angegriffen worden ist. Oder wenn die Existenz des Staates bedroht ist. Beides ist im Moment extrem schwer herbeizuargumentieren. Deswegen verzichtet er selber auf diese Drohung. Und es kommt ein weiteres hinzu. Ich halte mal fest, er hat gestern für die, die es hören wollten, offen verkündet, wir werden keine Atomwaffen einsetzen. Das kann man leider nicht ausschließen am Ende, was er wirklich tun wird. Aber er hat versucht, die eigene innere Logik zu befolgen. Und interessant beispielsweise, was auch Sergej Lavrov dieser Tage sagt. Der russische Außenminister, der ja auch nicht spart an so allgemein wolkigen Drohungen, diesem raunenden, passt nur auf, was passieren wird, ein vielleicht Dritter Weltkrieg und alles dieses. Und dann argumentiert er einmal neulich in einem Interview im arabischen Fernsehen, sehr interessant, über die Frage, wie gehen wir mit Waffenlieferungen aus dem Westen um? Die werden wir unterbrechen, wir werden sie stoppen. Und dann kommt der Nachsatz, sobald sie ukrainisches Territorium erreichen, werden wir sie aufhalten. Das ist die zynische Logik des Krieges. Heißt aber zugleich, und das fügt er hinzu, wir wollen keinen Konflikt mit der NATO. Das heißt, zunächst einmal, denke ich, kann man sagen, dass auch Russland kein Interesse hat, diesen Krieg eskalieren zu lassen in einem Konflikt mit uns. Das heißt aber, dass dieser Krieg auf dem Boden der Ukraine weitergeführt wird? Ja. Bis wann? Aus russischer Sicht bis zu einem russischen Sieg. Wladimir Putin ist entschlossen, diesen Krieg weiterzuführen. Entweder bis zu einem russischen Sieg oder bis zu einer PAD-Situation. Das gibt es ja historisch, so eine Art Ermüdungssituation, wobei da einen Waffenstillstand beschließen. Und dann kommt es allerdings entscheidend darauf an, wer hat in einer solchen Situation die Hebel in der Hand, um zu bestimmen, wie sieht jenseits eines Waffenstillstands eine politische Ordnung aus. Wird es Russland sein, das bestimmen kann, wohin die Ukraine geht? Oder wird es die Ukraine sein? Und das ist der Grundkonflikt, um den gestritten wird und der diesen Konflikt so unendlich schwer zu lösen macht. Sie haben gerade gesagt, das wird wahrscheinlich lange dauern. Ich habe heute eine Meldung gelesen, es gibt eine Rücktrittswelle von Gouverneuren in Russland. Ich habe es noch nicht verifizieren, oder wir konnten es noch nicht verifizieren, aber am Dienstag waren es fünf. Man spekuliert ein bisschen darüber, was kann das bedeuten? Ist das möglicherweise eine vorweggenommene Protestaktion gegen möglicherweise eine Teilmobilisierung? Wie deuten Sie das, wenn es sich bestätigt? Da muss man in der Tat sehr genau hinschauen, weil Gouverneure treten normalerweise zurück, wenn sie hierzu aufgefordert werden. Das kann dahinter stecken, dass man sie austauschen will. Aber grundsätzlich ist in der Tat davon auszugehen, dass nicht jede beliebige Verlängerung und vor allem nicht jede beliebige Eskalation dieses Krieges nicht nur auf keine Zustimmung in der Bevölkerung, stößt. Ich glaube nicht, dass man sehr schnell mit einem Umschwung dort rechnen wird, aber nicht auf Zustimmung in der Führung. Und auch auf diese muss Wladimir Putin sehr genau achten. Er ist ein Alleinherrscher, er ist ganz alleine, aber wie ein russischer Gesprächswarte mir einmal gesagt hat, ja, alle unterstützen ihn, aber wenn er strauchelt, geht keiner für ihn auf die Straße. Und das gilt für seine Umgebung vor allem. Sie haben gerade jetzt, es war Anfang März, einen dramatischen Appell, einen emotionalen Appell an jemanden gerichtet, den Sie kennen, nämlich den russischen Botschaft in Deutschland. Sie sagen in etwa, wir kennen uns, ich weiß etwa, wo du stehst. Und dann folgen diese Worte, die wir Ihnen gerne nochmal zeigen wollen aus dem Morgenmagazin. Sergej Jurewitsch, jetzt ist der Punkt, an dem du in die Öffentlichkeit gehen solltest und dies öffentlich wiederholen. Dies ist nicht mein Krieg. Dies ist nicht der Krieg der Russen. Hälfte, also glauben Sie, das verfängt, glauben Sie, der Rückhalt für Putin, sowohl in der Bevölkerung, aber eben auch dann in so einem Apparat könnte bröckeln? An einem bestimmten Punkt. Und deswegen agiert er gestern so ratlos vorsichtig und im Grunde genommen auch zurückgenommen. Er greift nur zurück auf die Legitimation der Geschichte. Er erzählt von Geschichten, die tausend Jahre her sind. Als würde der Bundeskanzler in einer Ansprache von Karl dem Großen und Friedrich Barbarossa reden. Und der Versuch der Legitimation und die Sorge, dass auch in der Führung sich Unmut regen könnte, und der könnte am ehesten, so wie ich das sehe, wenn dann aus der Führung des Militärs kommen, man hat dort sicher nicht den gleichen Ehrenkodex wie die Bundeswehr. Aber Vorstellung darüber, wofür sind die russischen Streitkräfte da, was führt zu weit, was wird zur zu großen Selbstschädigung. Denn ein Effekt dieses Krieges ist ja jetzt bereits, dass Wladimir Putin seinem Land, dessen Interessen, seinen Menschen, und darum tut es mir unendlich leid, als jemand, der Russland in großer Sympathie verbunden ist, unendlich und dauerhaft schadet. Wir hören einerseits, dass die russische Seite nicht wirklich verhandeln will, weil eben der Stand, an dem Sie noch zu viel zu verlieren haben, ist noch da. Wie ist das eigentlich mit der anderen Seite? Also wir liefern Waffen. Der ganze Westen liefert Waffen. Sie sind Diplomat. Passiert eigentlich parallel etwas, was eine Art von Druck ausübt, in irgendeiner Form, auch einer reiner diplomatischen Lösung zu suchen? Wir müssen realisieren, dass wir in einer völlig neuen Wirklichkeit sind. Und wodurch ist die gekennzeichnet? Wladimir Putin hat mitten im Spiel das Schachbrett umgeworfen. Das macht weder die Regeln des Schach falsch, noch unsere vergangenen guten Züge. Und welche waren das? Wir haben versucht, bis zum Ausbruch des Krieges, Sie sind alle in Moskau gewesen, der Bundeskanzler, die Ministerin, alle, alle, ausländische Führer, versucht, das zu tun, was wir erfolgreich seit der zweiten Hälfte des Kalten Krieges auch mit der Sowjetunion schon getan hatten, nämlich Sicherheit gemeinsam gestalten. Abrüstung, Rüstungskontrollverträge, KSZE und danach noch mehr. Und Wladimir Putin hat am 24. Februar gesagt, das Schachbrett werfe ich um. Ich will keinen Dialog, ich will Konfrontation. Wir sind in einer Situation der Konfrontation, die er nicht bereit ist aufzugeben. Und deswegen tun sich alle Vermittler so schwer oder halten sich zurück. Selbst ein Land wie China, das großen Einfluss auf beide haben könnte, hält sich zurück, weil es nicht weiß, wie es in einer solchen Situation mit einer diplomatischen Lösung zum Erfolg führen könnte. Das heißt nicht, dass die Diplomatie ihre Mittel verloren hat. Sie ist zum einen an ihre Grenzen verloren und sie muss sich darauf vorbereiten, eine Situation der Konfrontation wieder in eine neue Ordnung zu bringen. Das ist das Minimum. Wir müssen auch mit Russland wieder zu Verabredung kommen, selbst wenn wir in der Konfrontation sind. Überrüstungskontrolle, vertrauensbildende Maßnahmen, Inspektion, da gibt es viele Mittel. Darauf muss Diplomatie vorbereitet sein und sie muss jederzeit bereit sein, auch jetzt zu vermitteln. Gestern sagte Wladimir Putin in der Rede, es hätte ja auch im Dezember noch, bevor der Krieg ausgebrochen ist, hätte es von Siem eine Initiative gegeben und die Amerikaner und die NATO hätten gesagt, wir sind nicht interessiert. Ganz kurz, stimmt das? Das ist natürlich Unfug. Was er auf den Tisch gelegt hat, waren unerfüllbare, ultimative Forderungen. Was hat er verlangt? Eine Selbstentblößung der NATO an ihrer Ostflanke. Dann stehen 6500 estnische Soldaten einer Million russischer Soldaten gegenüber. Er hat verlangt, dass es keine weiteren NATO-Beitritte gibt. Darum geht es nicht nur um die Ukraine, es geht um Schweden und Finnland. Klammer auf, eine weitere Selbstschädigung, dass die möglicherweise jetzt dabei sind, beizutreten. Und er hat drittens verlangt, dass die USA ihren nuklearen Schutzschirm, Herzstück unserer Sicherheit, über Europa zurückziehen. Da hat man klar signalisiert, du verlangst das Unerfüllbare, du verlangst das nur, um hinterher sagen zu können, habe ich doch was vorgeschlagen. Das war ein völlig einseitiger Vorschlag. Er sagt gestern, das habe beide Interessenseiten berücksichtigt. Das ist nicht wahr. Aber gleichwohl sind wir sofort losgelaufen und haben versucht, in einer Fülle diplomatischer Initiativen, es hat viele Gespräche und Begegnungen zwischen Dezember und Februar gegeben, doch diesen sich eskalierenden Prozess in einen diplomatischen Lösungsweg zu bewegen. Ich frage Sie das deshalb, weil ich das morgen Klaus von Donahli hier fragen werde. Und ich weiß, er hat eine andere Meinung als Sie. Und dann kommen wir irgendwann mal zu dritt zusammen. Für heute danke ich Ihnen. Vielen Dank. Herzlichen Dank für die Einladung. Danke. 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 Danke.